I'm counting to three, I hear the alarm, I'm all in five, I'm ready to watch out Boom, 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 I want you in my room, let's spend this night together, together in my room Bewerte mal! Bitte nicht schon wieder Smash! Bruder, was ist das hier überhaupt, Digga? Das sind einfach irgendwelche Insekten Ich schick dir jetzt eine Sprachnachricht und du musst bewerten, wie gut ich rappen kann Zehn von zehn, Digga Der ist krass, musst anschauen, neuer Comedy-Gott auf TikTok Neulich beim Fortnite-Song hatte ich die Idee, den Schildtrank selber zu machen Ey, das ist doch nicht lustig, der Arme, der will da irgendwas zusammenmixen, macht kleine Experimente Ihr, er redet Druckschrift, er spricht wie ich mit Links schreibe Naja, zum Glück stehen bei dem Bruder unten die Lyrics noch dran Neulich beim Fortnite-Song Ey, Bruder, cooles Experiment, wirklich, lass dir von den Leuten nix sagen Ey, guck mal, das kann nicht wahr sein, ich war jetzt, ich war jetzt, ich hab ja zwei Tage lang kein Video aufgenommen Ich war so Pause, ja, das habt ihr nicht bemerkt, weil ich hab ein bisschen vorproduziert Ich war einfach das Wochenende ganz entspannt zu Hause und hab nix aufgenommen Ich komm zurück, Digga, das kann nicht wahr sein, Digga Der Typ Hab ich mir einfach spontan machen lassen, Digga Tätowiert sich einfach Fortnite-Rift mitten in die Fresse Das hat eigentlich keine Bedeutung, das sind Risse Ich weiß nicht, Digga, wie wär's nächstes Mal mit ganzer Fortnite-Map auf Brust Ich hab halt überlegt, beispielsweise, Digga, in dem Style als Tattoo Warum nicht, Digga Stark, Digga, also wirklich ich auch Ich hab mir auch überlegt, ein Tattoo zu stechen lassen Ohne Bedeutung Wollte mir hier so auf Backe, Jeremy Fragrance Blöd, wie heißt der? Jeremy Fragrance Digga, das ist ja ein reiner Zungenbrecher, wie kann man so heißen? Perfüm, Digga Ich wollte mir hier auf Backe so diesen Jeremy Digga, das kann nicht wahr sein, ich hab wirklich einen Sprachfehler Ich wollte mir hier so auf Backe Jeremy Parfüm draufkleben Kleben, Digga Power Wie ihr wisst, hab ich vor einiger Zeit erfahren, dass ich schwanger bin Ja, ja, ja Netflix, finale Staffel, letzte Folge, letzte Staffel, endlich Ich bin jetzt mal gespannt, was sie sagt Ist sie jetzt schwanger oder ist sie nicht schwanger? Aber kommen wir zu dem wichtigen Punkt Und nämlich, bin ich nicht mehr schwanger und ich bekomme kein Kind mehr Achso, ich bin nicht mehr schwanger Die denkt auch, die spielt keine Ahnung Fortnite und dann kann sie so nächste Runde restarten Und auf einmal ist sie wieder da, oder? Klar, Mann, ich bin nicht mehr schwanger Ich war einfach nur so für ein, zwei Monate schwanger Ah, und dann nicht mehr Wie, als wär das so DLC Ich hab vergessen, Abo zu verlängern, ich bin nicht mehr schwanger Meine Periodika, ich hab einfach meine Tage bekommen Und jetzt verstehe ich alle Frauenärzte in Deutschland, die sagen, dass man bis zur 12. Schwangerschaftswoche Einfach nicht davon sprechen sollte Ey, nee, Mann, Digga, nee, Mann, das war bestimmt gar keine Promo für den Song So wie ich das am Anfang auch schon prediktet hab Nee, Mann, die ist einfach nicht mehr schwanger Bruder, was ist das schon wieder? Was ist das schon wieder? Ich hab diesen Trend gesehen Der Trend geht normalerweise so Bruder, warum wäscht der eine Banane? Das hat doch gar nichts mit dem Trend zu tun Herz, want to go sleep Gehirn, want to wasch Banane Guck mal, guck mal, guck mal Ich hab keine Ahnung, diese Nona Die hat irgendwie so ihre eigene Modemarke rausgebracht Hat eine richtig fette Show gemacht oder so Jetzt steht da irgendwas mit Nona Kanal Cringe und die tanzt Also an deiner Stelle würde ich erstmal gucken, wo meine Hose bleibt Digga, also wirklich, ab sofort Ab sofort, ich nimm meine Videos auch so hier auf Nein, 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 den Witz kann ich nicht bringen Ich wollte gerade blätter, aber man sieht ja ganze Ei Hey, Tobi, auch schon wach? Ja, Mann, Tobi, was geht, Digga? Weißt du noch, damals, ich war mit dir im Kindergarten Es ist einfach 17 Uhr Ich glaube, ich hab Fieber Erstmal Fieber messen mit diesem Oldschool-Fieber-Thermometer Was schätzt du, wie viel du hast? 39 Einfach 39,5 Bro, wenn ich Fieber hab, Digga, wenn ich Fieber hab mit 39 Grad, Digga Dann sitze ich nicht im Bett so Ey, yo, was geht, Digga? Erstmal Fieber messen, Mann Mir geht's richtig beschissen Bruder, ich lieg da wie so, keine Ahnung, Schildkröte auf dem Rücken Erstmal Corona-Test Und jetzt 15 Minuten warten Und das Ergebnis könnt ihr dann in der Insta-Story sehen Klar, Mann, das Ergebnis könnt ihr in der Instagram-Story sehen Ja, was denn anderes sonst? Ne, Mann, Snapchat-Story, oder? Naja, und das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday, oder auch AAAAAAHHHHH!